hmmm, Kime brauche ich hier nicht wirklich, weil das hier kein richtiges Wasserlevel ist. Vögeli... Ah, Hamtaro, komm mit. Oh, nein, Kime! Kime! Okay, müssen wir Kime alleine lassen. Jetzt komme ich mit Hamtaro nicht mehr aufdreht. Ein Toppelsprung, yeah! Oh, arme Kime! Oh! Traurig! Ich bin getraurig. Ich bin getraurig. Ich bin getraurig. Weck Kime. Kime ist so. Oh... Ich habe Kime im Stich gelassen. Ja. Äh, ja, ist klar. Runter, 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 runter. Lieber mal nicht springen. Kann ich die Dinger einsaugen, ey? Warum bewegen die sich? Und warum ist hier alles so wie in Maza? Der Hintergrund, er macht mir so Angst. Gleich kommt Poki. Nein, ihr bräuchte Kieme. Ist klar. Kieme. Okay, dann hol ich mir mal Kieme ab. Nee, wo? Dumm, dumm, dumm. Kieme, 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 Kieme. Ha, der hat ja eine Kirby dann als Mütze auf. Ist ja cool. Da unten habe ich Kieme bekommen. Aber wahrscheinlich kriege ich überall Kieme. Aber ich kann mal gucken, ob ich erst irgendwo mit dem Hamster weiterkomme. Nein, da wollte ich nicht lang. Yeah, da will ich durch. Äh, ja, durch. What the fuck? So, Amtaro, du musst wohl da bleiben. Und ich mache alles kaputt. Ich habe keine Nach-Unten-Gehe-Attacke. Also muss ich das so machen. So. Gut, das dauert. Und Amtaro kommt da mit. Das ist schön. Äh, ich muss die Dinger auch frei machen. Sonst komme ich mit dem Hamster hier nicht mehr durch. Ähm. Amtaro ist runtergefallen. Das ist eigentlich noch fest. Was? Was? Äh, hier ist wohl Luft. Aber ich will mir erst mal Kieme, da weiß ich, dass ich da langkomme. Kieme. Nein, da wollte ich nicht. Nein, da will ich nicht lang. Noch nicht. Nein, immer einmal zu viel. So, runter. Cool. Tot, tot. Tot. Nein, von euch will ich gar nicht zu erzüglich. Ich will erst mal Kieme leihen. Ja, und holen. Hier war er, sie, es. Da. Oh, Dammtaro ist traurig. Oh, Dammtaro ist traurig. Oh, ich finde es voll doof. Boah. Boah, Ultrascheid. Ich mag die. Der, die da ist. Nein. Geh wieder rein. Äh, ja. Vernichte sie mit deinem Ultraschall. Wum. 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 Mega Ultraschall. Äh, ich wollte da unten links rein, glaube ich. Oder waren wir da rechts? Ganz rechts, meine ich. Unten links war sowieso kommt der falsch. Gut, hier kommen wir schon mal nicht hoch. Das ist ja scheiße. Ich will da aber gerne hoch. Dann mal hier rein. Äh, hoch. Hoch. Boah, vernichten. Boah. Boah. Geh' ich mal hier rein. Hier geht's nicht lang. Was? Okay, die mittelren Tür war wahrscheinlich falsch. Geh' nochmal die rechte Tür. Und hier habe ich den Ultra-Megaschall bekommen. Wurm. Dann war der hier dann wohl... Hier bauche ich... Besen, wie? Äh, Klimo wollte ich verhalten. Gehen wir jetzt den Besen. Äh, der Zorn. Pümpel. Äh, wo? Okay, das wird wohl nichts. Okay, dann nehme ich Elektro-Typ. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Muss ich weiter mit dem Kimo versuchen, das Ding aufzukriegen. Äh, ja. Kaputt. Gehe ich da durch? Äh, nein. Okay, das wird nichts. Einsaugen. Na, das wird auch nichts, oder? Ich kann doch nicht nach oben. Das geht nicht. Ich wollte da jetzt gar nicht rein, aber wir können es ja nochmal probieren. Noch einmal. Nein, gehen wir aber diesmal hier rein. Wir können da ja auch gegenspringen. Ah, nee. Das ging ja bei denen nicht. Ähm, gehen wir diesmal bewegen schon? Nee. Wir können hier schon wieder ein mega-super-Boomerang. Oh, mega-scheide. Wow. Wow. Aber bei dem ist irgendwie alles so mega-ultra. Ich kann auch nicht nach oben machen, oder so. Aber, natürlich. Äh, wir können ja mal... Ähm, nein. Nehmen wir uns den. Und machen Wurm. Wir können das ja auch alles ohne Kime machen. Und hoch. Und rein. Gut, wie machen wir das jetzt? Wir gehen links lang. Kime, geh mal weg. Au. Einmal sehen, wie es mit Kime da abgeht. Äh, ja. Genau. Das ist wohl nur zur Abwehr und nicht zum Angriff da. Äh, dann nehmen wir wieder... ...mal den hier. So, machen wir es. Ach, wir haben den falsch genommen. Verdammt. Scheiße. Egal. Nehmen wir jetzt den. Was müssen wir jetzt machen hier? So. Feuer. Das war doch so ein Mega-Attack. Yeah. Verdammt. Verdammt. Vernichten. Alles töten. Ähm. Das Ding können wir einsammeln, nehme ich an. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ich hab keine Ahnung. Aber in den anderen... ...in den anderen Tag auch schon so ein komisches Ding rum. Oder eben, was so ähnlich ist. Ich komm nicht klar. Was soll ich jetzt hier? Einfach nur hochspringen, oder wie? Vielleicht darf ich die Roten auch nicht berühren, oder sowas. Sieht aber nicht so aus. Ja, jetzt muss ich hier... ...hoch flyen. Müssen wir jetzt hier vielleicht so...